Und schon wurde sie mir gestohlen, meinte der Baronet und musterte nun mich genauer. Die Männer kann man wenigstens verwarnen. Bei den Seras muss man hilflos leiden. Ich deutete eine Verbeugung an. Ich kann euch gut verstehen, gab ich mit einem Lächeln zurück. Mir geht es nicht viel anders. Stofisk sah von mir zu Baronet von Freise und zurück. Dann lachte er. Nun habt ihr euch gegenseitig verwarnt. Dann kann ich ja gehen, sagte er. Ich werde darauf achten, dass euch niemand zu nahe kommt, der Baronet lachte. Tut mir leid, sehr General, sagte er mit einem entwaffnenden Lächeln. Es mag unhöflich gewesen sein, aber es erspart viel an Missverständnissen. Er sah zu der Bardin, und die Art, wie sie seinen Blick erwiderte, zeigte mir, dass sie sich nahe standen. Wisst ihr, was sie ist? fragte ich leise. Seine Augen zogen sich zusammen. Wenn ich es nicht wüsste, was würdet ihr dann sagen? Eine schöne Frau. Ja, seufzte er. Ich weiß, was sie ist, aber ich werde mich davon nicht beirren lassen. Ich bin für jeden Atemzug dankbar, den ich in ihrer Nähe verweilen darf. Er sah meinen Blick und lachte. Wir Aldana tragen das Herz auf der Zunge, wenn es um solche Dinge geht. Wir sind hoffnungslos Astartes' Zauber verfallen. Ich hoffe, es ist euch nicht peinlich. Außerdem, er schmunzelte ein wenig, sobald ich wieder gehen kann, werden wir vor die Göttin treten. Es ist ein offenes Geheimnis. Meine Glückwünsche, Baronet, sagte ich, und meinte es ehrlich. Vielleicht verspürte ich auch einen gewissen Neid. Danke, meinte er, und sein Blick wurde forschender. Ich habe von euch gehört. Die Korzia zeigte sich von euch beeindruckt, und mein Cousin hätte euch gern gesehen. Darf ich fragen, warum ihr die Einladung abgelehnt habt? Ich musste in dringender Angelegenheit aufbrechen. Es blieb mir keine Zeit. Zu den Feuerinseln, um eure Königin zu retten, meinte er. Eine Entschuldigung, die jeder Prinz akzeptiert. Da das Lamento gegeben wurde, hat man es euch nicht krumm genommen. Erklärt mir eins, Baronet, fragte ich höflich. Wenn jeder das Lamento zu vermeiden sucht, warum wird es dann gegeben? Es entsprang der Feder eines meiner Vorfahren, und er bestimmte per Dekret, dass es einmal im Jahr für zehn Tage gespielt werden müsste. Er schüttelte schmunzelnd den Kopf. Eine Form von Willkür, die gerade noch erträglich ist. Wie empfindet ihr Askir? fragte er. Groß. Er lachte. Ich hörte, ihr wärt sehr direkt, und das scheint auch zu stimmen. Er blickte zu beiden Seras und seufzte. Was denkt ihr? Was ist der nächste Zug des Nekromanten-Kaisers? Nach dem, was ich gehört hatte, hatte er gegen einen Nekromanten gekämpft und mitgeholfen, den Angriff auf Askir abzuwehren. Er zumindest schien die Bedrohung ernst zu nehmen. Ich gehe davon aus, dass er wild entschlossen ist, Askir zu nehmen, sagte ich leise. Wäre ich an seiner Stelle, hätte ich Truppen den langen Weg über Land geschickt, vor Monaten, vielleicht schon vor Jahren. Doch über eine Landstrecke ist die Versorgung schwer und ungewiss, zumal das Land auf dieser Route ihm ebenfalls unbekannt sein sollte. Zumindest zeigten die Karten auf dem Schiff, das wir geändert hatten, weiße Flecke. Wenn er ernsthaft gegen uns vorgehen will, bleibt ihm nur eines zu tun. Er muss einen Hafen für sich gewinnen. Nur drei bieten sich dazu an. Askir selbst, was er vorerst nicht wagen wird, der von Janas, der allerdings von der Flut verwüstet ist, und »Alter«, ergänzte der Baronet, »auch wir haben schwere Schäden von der Flut davon getragen. Doch in drei bis vier Wochen wird der Hafen wieder nutzbar sein. Soweit denken wir gleich. Auch der Prinz und mein Vater teilen diese Befürchtung. Ihr kennt den Feind ganz gut. Wie wird er vorgehen wollen?« »Ich kann auch nur raten. Ohne Truppen wird er hier nicht siegen. Und noch einmal ein solches Tor zu öffnen, wird ihm nicht gelingen. Er hat die Eulen verloren, die er dazu braucht. Er hat nur zwei Möglichkeiten, über See oder über Land. Die Feuerinseln hat er verloren. Also werden wir den Feind als nächstes im Osten zu Gesicht bekommen. Oder im Südosten von Besserein, was ich als unwahrscheinlich erachte, da er durch die Wüste marschieren müsste. Und eine Wüste hat schon immer mehr Truppen gefressen als die Berührung mit dem Feind. Also muss er durch die Ostmark. Ja, dort ist, wie ich hörte, der Ansturm der Barbaren stärker als je zuvor. Etwas treibt sie den Reichsgrenzen entgegen. Der Diener war zurückgekehrt und hielt mir mit steinernem Gesicht ein Tablett mit einem Bierhumpen entgegen, der zwischen den schmalen Kälchen wie ein Barbar im Tempelchor wirkte. Ich nickte dankend und trank einen Schluck. Gut genug und nicht verbessert. Da packt mich fast der Neid, schmunzelte der Baronett, wurde aber sogleich wieder ernst. Also durch die Ostmark, sagt ihr. Davon gehe ich aus. Und dann nach Aldane und Alda, weil er mit dem Hafen dort über See die Versorgung erneuern und Truppen einschiffen kann. Er seufzte. Es ist Schlimmes, kommen zu sehen. Ihr seid nicht der Erste, der das denkt. Auch mein Vater ist davon überzeugt, dass es sich so abspielen wird. Die weiße Flamme, ihr wisst von dem Kult, nehme ich an, ist zurzeit sehr rührig. Ein Aufstand in Aldane käme den Nekromanten gerade recht. Es ist der günstigste Weg, eine Stadt zu nehmen. Wie ist die Lage in eurer Kronstadt? An der Oberfläche ist es ruhig. Doch im Dunklen gärt es. Es ist schwer zu glauben, dass ein Aberglaube solchen Einfluss haben kann. Ja, sagte ich, griff in meine Jacke und entnahm ihr zwei Blätter. Habt ihr einen dieser beiden Seers schon einmal gesehen? Ich tat es mehr, weil sich die Gelegenheit anbot, als dass ich ernsthaft darauf hoffte. Wer sind Sie? Fragte der Baronet, während er die Blätter studierte. Der Schönling ist der Feind, Kolaron Malorbian. Manchmal ist es erschreckend, dass man nicht hinter die Gesichter blicken kann. Die Zeichnung war nach Natalias Beschreibung angefertigt worden. In der Tat, meinte er. Und der andere? Ein Eulenschüler aus alter Zeit. Er sollte schon lange tot sein, aber das gilt auch für mich. Wie ist sein Name? Erinstor. »Wisst ihr«, sagte er dann langsam, »Ihr habt diese Bilder dem Richtigen gezeigt. Ich besitze ein sehr nützliches Talent. Was ich einmal gesehen habe, vergesse ich nicht mehr.« Das Talent schien es häufiger zu geben. Auf jeden Fall war es nützlicher, als mit Vögeln reden zu können oder Blumen. Er reichte mir die Blätter zurück. Ich war nicht überrascht, dass er keinen erkannte. »Dieser Eulenschüler. Was hat er getan?« Einen uralten Nekromanten befreit, der unter einem Tempel gefangen lag. Seine Augen weiteten sich, und ich hob rasch die Hand. »Kein Grund zur Sorge, Baronet«, beeilte ich mich zu sagen. »Das Verbrechen ist schon vor langer Zeit geschehen und wurde kürzlich erst entdeckt.« »Das ist es nicht«, sagte er leiser. »Bei den Worten Nekromant und Tempel fiel mir etwas ein, das ich als Kind gehört habe, als mein Vater sich mit der Königin unterhielt. Sie gingen beide davon aus, dass niemand sie hörte. Ich war damals noch ein Kleinkind. Kein Grund also, dass ich mich daran erinnern würde. Sie wussten noch nicht, dass ich dieses Talent besitze. »Wollt ihr davon erzählen?« Er seufzte. »Es ist eine Familiensschande, wenn ihr so wollt. Denn der Nekromant, um den es hier ging, war einst Rogamon, der König von Aldane. Es gab damals noch zwei Nertontempel. Einen hier, wo es später Askir entstand, der andere weiter südlich, näher an Alda. Askanon brachte den Nekromanten hier zu diesem Tempel und ließ ihn von den Priestern binden, ursprünglich auch, um den Mann von Alda fernzuhalten. Es hieß, dass dieser Nekromant den Seelen flüstern und mit seiner Stimme eigene Gedanken verdrängen konnte, wenn man im Geist nicht gefestigt war. Ich spürte, wie mein Herz zu pochen begann. Könnt ihr mir mehr darüber berichten? Es scheint der gleiche Mann zu sein. Ich hatte es befürchtet. Sagte er und schüttelte den Kopf. Aber mehr weiß ich nicht. Taride ist eine Bardin mit einem umfangreichen Wissen über die Geschichte. Wir könnten sie fragen. Er hob die Hand, um die Aufmerksamkeit der Bardin auf sich zu lenken, und die beiden Seras tratten heran. Taride, meinte er. Der Lanzengeneral erzählte mir von einem Nekromanten, der in einem Tempel des Göttervaters gefangen lag. Ich weiß nur, dass es König Rogamon war. Weißt du mehr darüber zu berichten? Die Bardin nickte langsam. Ja, aber nicht gern. Denn diese Geschichte berührt auch mich und geht mir nahe. Aber wenn es hilfreich ist... Das wissen wir nur, wenn wir sie gehört haben, meinte ich. Gut, sagte sie mit einem Seufzer. Ich spare mir die Verse und erzähle sie euch so. Ich bin nicht in der Stimmung, sie zu singen. Das dürfte reichen, sagte ich, während Serafine an meine Seite trat. Mein Vater, müsst ihr wissen, begann sie ihre Geschichte, war für unser Volk ein großer Mann. Er stammte aus der Linie eines Helden, der unser Volk von einer fernen grünen Küste hierher geführt hatte. Sein Name war wie sein Vorfahr Thali-San, und er war nicht nur ein großer Krieger, sondern auch der größte unserer Barden. Zugleich war er ruhelos und glich darin mehr den Menschen als dem hohen Volk. Er durchstreifte die Lande in der Verkleidung eines Barden. Sie lächelte. Er traf auf seiner Wanderung einen jungen Gelehrten mit einem außerordentlichen Talent zur Magie, und sie freundeten sich an. Mein Vater war es, der diesen jungen Mann die Grundzüge der Magie lehrte. Zu seinem Erstaunen übertraf dieser ihn bald darin. Wie er später sagte, war es nicht allein Macht, die dieser junge Mann besaß, sondern auch eine besondere Art des Denkens. Er erkannte Dinge und Zusammenhänge, die es ihm erleichterten, die Magie tiefer zu verstehen als jeder andere. Askanon, nehme ich an, sagte ich. Wer sonst? Nun, der Gelehrte fand Anstellung an König Rogamons Hof, der damals über Aldane herrschte. Es stellte sich heraus, dass dieser König ein Nekromant war und nach der Seele des Gelehrten gierte. Es kam zu einem Kampf, den Askanon gewann, und mit dem Kampf gewann er so auch Aldanes Krone. Doch der König war zu mächtig, um einfach so erschlagen zu werden. Askanon brachte ihn zu einem fernen Tempel des Göttervaters und ließ ihn dort in Ketten legen. Doch es gibt Gerüchte, dass der Seelenreiter von dort entkam und seither nur an seine Rache denkt. Askanon hatte ihn nicht nur besiegt, sondern auch jeden aus seiner Linie erschlagen, auch jeden anderen Nekromanten, dessen er habhaft werden konnte. Ich dachte, er hätte den Prinzen leben lassen. So sagt man. Doch das ist gelogen. Er ließ einen aus der Familie leben, der unberührt von diesem Fluch war, einen fernen Verwandten. Askanon beging den Fehler, seinen alten Feind zu vergessen. Jahrhunderte lag der in Ketten und wurde von Tag zu Tag geschwächt, während Askanon von Triumph zu Triumph eilte, bis er Astartes Segen erhielt und das Weib fand, das zu ihm passte. Sie schmunzelte. Kaiserin Elsine war in vielen Dingen sein Gegenstück. Eine Frau von außerordentlicher Klugheit und Gelehrsamkeit, zugleich aber auch eine Kriegerin, die tief im Süden über ein kleines Reich herrschte. Man verehrte sie dort als Göttin oder Halbgöttin und wie Askanon auch, blieb sie von der Zeit unberührt. Sie traten zusammen vor die Göttin und mein Vater Talisan übergab die Braut dem Kaiser. Ich war damals gerade erst geboren. Serafine hat den Kaiser erst danach kennengelernt, als dieser schon verloren hatte, was er am meisten liebte. Serafine nickte nur. Zu diesem Zeitpunkt war der Nekromant im Tempel schon lange entkommen. Der Kaiser bemerkte, dass jemand im Verborgenen seine Pläne störte. Damals stand die Kaiserin kurz vor ihrer Niederkunft. Eine falsche Meldung lockte den Kaiser von ihrer Seite weg und jemand überfiel sie in ihrem Sommersitz. Mein Vater war bei ihr, da der Kaiser sie nicht ohne Schutz zurücklassen wollte. Und obwohl die Kaiserin hochschwanger war, kämpften sie Rücken an Rücken gegen dunkle Magie und eine Übermacht. Als es offenbar wurde, dass sie nicht bestehen konnten und die Kaiserin so schwer verletzt war, dass es keine Hoffnung mehr gab, bat sie meinen Vater um zwei schwere Dienste. Zum einen, dass er sie nicht lebend in die Hand des Feindes fallen lassen dürfte und zum anderen, dass er sich retten sollte, damit Askanon davon erfahren und Rache üben konnte. Ihr meint, begann ich atemlos und sie nickte, mein Vater kehrte lebend, aber gebrochen zurück. Er erzählte darüber nur das Nötigste. Und bald tat er sich mit Askanon zusammen, um den zu suchen, der dieses Verbrechen begangen hatte. Doch es war umsonst. Wer auch immer es gewesen war, von ihm fehlte jede Spur. Auch die Kaiserin wurde nie gefunden. Bitte? fragte ich überrascht. Ich dachte, es gäbe ein Grab hier in Askir. Ein Ort des Gedenkens, berichtigte Taride. Mehr ist es nicht. Urikes ist fest davon überzeugt, dass sie dort liegt, wandte ich ein. Doch sie schüttelte traurig lächelnd den Kopf. Ich weiß es von meinem Vater selbst. Er kehrte an Askanons Seite zu dem Ort zurück. Sie war verschwunden. Mein Vater dachte, dass der Feind ihren Körper gestohlen hatte, um den Kaiser nur noch mehr zu quälen. Ihr Sarkophag ist leer. Nehmt mein Wort darauf. Kann die Kaiserin also überlebt haben? fragte ich und fühlte, wie mein Puls zu rasen begann. Nein, sagte die Elfe traurig und schüttelte den Kopf. Es gab einen Grund für den Gram meines Vaters. Denn er hatte ihren letzten Wunsch erfüllt. Jahrhundertelang waren mein Vater und der Kaiser Freunde. Und obwohl Askanon verstand, stand diese Tat fortan zwischen ihnen. Es vergingen weitere Jahre, in denen der Kaiser versuchte, wieder Freude an seinem Leben zu finden. Doch es fiel ihm schwer. Dann plötzlich versiegte der Weltenstrom, nahm Askir die Magie und uns Elfen den größten Teil unserer Macht und unseres Lebenswillens. Jetzt erst fand Askanon heraus, dass König Rogamon entkommen war und wusste nun, wer der Feind gewesen war, der ihm Frau und Kind genommen hatte. Mein Vater und der Kaiser trennten sich. Mein Vater sollte in den neuen Kolonien eine Spur verfolgen, während Askanon dem Verfluchten selbst entgegentreten wollte. Doch dazu kam es nicht, denn sie wurden erneut getäuscht. Mein Vater geriet in einen Hinterhalt. Er unterlag dem Nekromanten und den dunklen Elfen, die sich nach dem Lichtkrieg meinem Vater angeschlossen hatten und jetzt erneut Verrat begingen. Nur eine von ihnen hielt ihm noch die Treue. Sie nahm das Schwert, das ihr nun tragt, Graf von Thurgau, von seinem Leichnam und brachte es zu einem Ort, von dem sie wusste, dass der Verfluchte dort noch nicht hinkam, dem neugebauten Tempel Soltas in einer kleinen Stadt der Menschen, die Kela hieß. Im Hintergrund klirrten die Gläser, plätschernden die Gespräche, spielte leise die Musik, gab es bunte Kleider und lachende Gesichter. Sie schienen mir plötzlich weit entfernt, als ob sich eine dunkle Wand zwischen uns befand. »Götter!« hauchte Seraphine. »Das ist eine traurige Geschichte.« Sie schüttelte den Kopf. »All die Zeit, in der ich den Kaiser kannte und er mit mir scherzte oder spielte, trug er diese Last.« »Er mochte dich sehr, Seraphine,« meinte Taride leise. »Mein Vater auch. Sonst hätte er wohl kaum gestattet, dass wir Freunde wurden.« »Wir waren alle Kinder.« Das war nicht mehr als ein Augenblick. »Dennoch bewahre ich die Erinnerung in meinem Herzen.« Sie lächelte traurig. Als der Kaiser nach Asgir zurückkehrte, schien sein Lebenswille vollends gebrochen. »Er kam zurück, nachdem er versuchte, den Nekromanten zu stellen?« fragte ich nach. Sie nickte. »Ja, aber nur kurz.« Obwohl er selbst krank und erschöpft schien, nahm er sich die Zeit, mir sein Beileid über den Tod meines Vaters auszudrücken. Es hatte ihn wohl auch schwer getroffen. Auch wenn am Ende etwas zwischen ihnen gestanden hatte, waren sie doch über Jahrhunderte hinweg Freunde gewesen. Sagte er etwas über einen Kampf mit diesem Seelenreiter? fragte ich neugierig. »Ja,« nickte sie, »dass es eine Falle gewesen wäre, um ihn dazu zu bringen, die zu erschlagen, die er liebte. Er müsse nun einen anderen Weg suchen, um den Gegner anzugehen. Hier hatten wir jetzt den Beweis, dass Askanon den Hinterhalt auf Talak überlebt hatte. Nicht, dass ich daran Zweifel gehegt hatte. »Wie meinte er das?« fragte Seraphine. »Wieso sollte der Kaiser die erschlagen, die er liebte? Das ergibt so gar nicht Sinn.« »Das weiß ich nicht,« antwortete Taride. »Er ließ mir nicht viel Gelegenheit, ihn dazu zu befragen. Nur Tage später ordnete er seine Geschäfte, ließ die Prinzen kommen und dankte ab.« »Er ließ die Prinzen kommen?« fragte der Baronett erstaunt. »Ja,« nickte Taride. »Er wollte das Reich geordnet hinterlassen.« »Und die Belagerung Askiers, von der man so viel hört?«, fragte von Freise. »Fand so nicht statt. Eine Scharade, angetrieben auf der einen Seite vom Stolz der Prinzen, die nicht Bittsteller oder Empfänger von Almosen sein wollten, und auf der anderen Seite vom Kaiser selbst, dem es recht war, wenn die Welt nicht wusste, warum er ging.« »Also ist es eine Lüge, dass sich Aldane selbst befreit hat?«, meinte der Baronett. »Ja, eine Lüge, die noch größer wird, wenn man bedenkt, welches Ungeheuer einst das stolze Aldane mit Schwert, Blut und dunklen Gaben vereint hat. Dass Aldane sich in seinem neuen Stolz auf das Königreich besinnt, das von diesem Unheiligen erschaffen wurde, und Askiers Erbe von sich weist, ist in meinen Augen mehr als nur ein schlechter Scherz.« Der Baronett schüttelte ungläubig den Kopf. »Warum hast du mir das bislang noch nicht erzählt?«, fragte er mit rauer Stimme. »Ich glaubte nicht, dass du es hören wolltest«, antwortete Tarride sanft. »Es ist lange schon Vergangenheit.« Sie bedachte ihn mit einem liebevollen Lächeln. »Warum sollte ich dir deinen Stolz nehmen?« »Aber ich denke, dass dein Vater davon weiß.« Ich seufzte. Je mehr ich von diesen Dingen erfuhr, umso tiefer wurde meine Traurigkeit, sowie die Gewissheit, dass all das niemals hätte geschehen dürfen. »Entschuldigt«, bat Leutnant Storfisk höflich, der auch herangekommen war. »Ich hoffe, ich störe nicht allzu sehr.« »Was gibt es, Schwertleutnant?«, fragte ich, erleichtert von den düsteren Gedanken, abgelenkt zu werden. »Ich bat die Bardin und den Baronett nicht ohne Grund zu euch«, sagte Storfisk höflich und deutete vor den beiden eine leichte Verbeugung an. »Eure Stimme, Tarride vom Silbermond, findet überall Gehör, und der Lanzengeneral will euch beauftragen, eine Ballade zu schreiben, die der Wahrheit näher kommt als das, was zur Zeit verbreitet wird.« Tarride bemerkte meinen Blick und lachte. »Wusstet ihr davon?« »Jetzt ja«, sagte ich mit einem Blick zu Storfisk. »Es sollte ein Meisterwerk werden«, schlug Storfisk mit einem gewinnenden Lächeln vor. »Ich werde euch die Informationen überlassen, die ihr verarbeiten sollt. Sagt mir nur euren Preis.« »Ein Meisterwerk?«, fragte Tarride lächelnd. »Eines, das man im ganzen Reich singen soll?« »Dreißig goldene Kronen sollten es schon sein.« »Es dürfte auch euren Ruhm mehren«, bemerkte Storfisk höflich, während ich sprachlos zusah. »Nicht, wenn ihr verhandeln wollt«, meinte die Elfe. »Dann versagt mir meine Stimme. Verhandeln lässt sie heiser werden.« Storfisk wusste, wann er geschlagen war, und deutete eine Verbeugung an. »Gewiss, ihr werdet das Gold erhalten, wenn ich euch die Geschichte bringe, die ihr erzählen sollt. Er hielt ihr die Hand hin, und sie schlug ein.« »So soll es sein.« Serafine lachte leise. »Siehst du, Harwald?« »So geht man gegen Gerüchte an.« Wir unterhielten uns noch ein wenig, bevor die Bardin den Baronett aus dem Saal schob. Der Mann war sichtlich erschöpft und gegen Ende glänzten seine Augen fiebrig. »Was genau ist mit ihm geschehen?«, fragte ich Storfisk, als sie außer Hörweite gelangten. »Er forderte Meister Rolka zum Duell mit dem Schwert und gewann wertvolle Zeit für die Eule, den Plan des Feindes zu stören,« erklärte der Leutnant voller Bewunderung. »Meister Rolka?« »Einer der Agenten des Nekromantenkaisers.« »Feldtor!«, flüsterte Serafine mir zu. »Es muss Feldtor gewesen sein.« »Der Baronett hat Glück, dass er noch lebt.« »Wie gut waren diese alten Eulen wirklich?«, fragte ich sie, während wir uns etwas im Saal bewegten. Ich sah zu Leandra hin, die mit einem dicken Mann plauderte, während andere im Kreis um sie herum standen und sie begafften. »Wie gut wird man, wenn man die besten Lehrer hat und lange lebt?«, fragte Serafine. »Wohl sehr gut,«, dachte ich. Askanon selbst zeigte ihnen, wie man Schwert und Magie miteinander verwebt. Sie lachte leise. »Weißt du, dass Askanon für sich den Schwertkampf neu erfand?« »Es heißt, er habe lange die besten Kämpfer studiert und an Berechnungen angestellt, wie man jeden Schlag verbessert, schneller wird und zur Abwehr stets die perfekte Beinstellung findet.« »Ich glaube, alles,« widersprach ich. »Nur das nicht.« »Den Schwertkampf kann man nicht berechnen. Er ist Sache des Gefühls und der Erfahrung.« »So ist es auch mit der Musik und der Poesie,« teilte sie mir ernsthaft mit. »Und doch kann man sie berechnen.« »Nun, auch daran hegte ich so meine Zweifel.« Der nächste Teil des Abends verlief zunächst ruhig. Hauptsächlich stand ich mir die Beine in den Bauch und sah zu. Ab und an kam jemand vorbei und gesellte sich zu uns, doch meist nur, um Höflichkeiten auszutauschen, meistens mit Serafine. Irgendwann eröffnete Leandra den eigentlichen Ball, und ein hochgewachsener blonder Mann führte sie zum Tanz. Storfisk entführte Serafine, und nach einigen Takten der Musik glitt er mit ihr hinüber zu Leandra und ihrem Partner, während andere Paare folgten. Auf der anderen Seite des Saals sah ich Zokora zu mir herübersehen und kurz mit Varos sprechen, dann steuerten die beiden auf mich zu. Vielleicht roch Zokora, was jetzt geschehen würde. Zuzutrauen wäre es ihr, aber die beiden kamen zu spät. Der dicke Mann, der vorhin mit Leandra gesprochen hatte, befand sich auf einmal neben mir. Ich glaubte nicht, dass er wusste, wer ich war. Er tupfte sich mit einem Tuch die Stirn ab und glotzte Leandra an. Man nennt sie Königin ohne Land, sagte er vertraulich. Sie ist verzweifelt auf der Suche nach Hilfe für ihr Reich, das längst besiegt am Boden liegt. Ach, wirklich, meinte ich. Man sagt, Magnus Thorson in Gazalabad wäre der Erste gewesen, der ihr die Röcke hob. Er brauchte ihr nur zu versprechen, dass er sich beim König für sie einsetzt. Das kann er sich jetzt sparen, wo Chaldia nur noch Asche ist. Seht ihr den blonden Mann, der mit ihr tanzt? Ich sehe ihn, knurrte ich. Schon jetzt versucht ihm das grobe Maul zu stopfen. Doch der dicke Mann war taub oder zu sehr entrückt, um die Warnung zu verstehen. Das ist Baron Wirten aus Rangor. Er will ihr drei Wagenladungen Schwerter versprechen. Er hat eine Wette laufen, dass er der Nächste ist, der ihr an die Euter geht. Wenn er auch noch zwischen ihre Beine kommt, wäre das ihm die paar alten Schwerter wert. Die Tür zu dem kleinen Balkon flog nicht schnell genug zurück und sie zerbarst mit lautem Krachen, als der Mann im Bogen über die Brüstung in den kleinen Garten flog. Ich war stolz auf mich, denn er lebte noch. Er bewies es, indem er lauthals schrie. Es war, wie man hier wohl sagte, ein Skandal. Leandra hielt sich erst mit steinernem Gesicht zurück, während Stofisk versuchte, noch zu retten, was zu retten war. Er sprach von einem Unglück, einem Missgeschick. Allerdings hatten mich genügend Zeugen dabei gesehen, wie ich den dicken Mann an Hals und Hose gepackt und über den Balkon geworfen hatte. Ich wollte mich nicht weiter dazu äußern, und schweigend bahnten wir uns durch die Menge einen Weg, während alle herumstanden und dumm glotzten und oben auf der Bühne Graf Altins, der Botschafter der Aldana, dem Orchester hastig den Befehl zum Weiterspielen gab. Leandra hielt es dann doch nicht mehr. Sie kam herangestürmt an ihrer Seite, der blonde Mann, der ein gewinnendes Lächeln zeigte. Wenn ihr mir erlaubt, teuerste Blume einer Königin, säuselte er, während er sich tiefen Einblick in das Tal ihres Busens verschaffte, werde ich das für euch in Ordnung bringen. Es mag sein, dass die Götter manche Prüfungen schicken, um die Beherrschung eines Mannes zu testen, aber ich hatte wenig Lust, jetzt eine solche Prüfung zu bestehen. Im nächsten Moment hingen Serafine und Varosch an meinen Armen und zerrten mich zur Seite, während Zokoran nur die Augenbraue hob. »Ich habe dich unterschätzt,« meinte sie zu mir. »Das war ein wahrhaft guter Schlag.« »Wie konntest du das tun?«, fauchte Leandra mich an, nachdem man mich regelrecht aus der Botschaft getragen hatte. Aldanische Gardisten eilten herbei, doch sie waren klug genug, Abstand zu halten. »Baron Wirten hat es verdient,« presste ich hervor, während ich Varosch und Serafine abzuschütteln versuchte. Sie hingen fest wie Kletten. »Wer soll das sein?«, fragte Leandra eisig. »Der blonde Mann, mit dem du eben getanzt hast, der in deinen Busen gefallen ist.« »Was ist mit ihm?«, fragte sie in einem Tonfall, der mir Frostbeulen versprach. »Er hat mit dem dicken Mann gewettet, dass er der Nächste ist, der deine Röcke hebt.« »Dem Mann, den du über den Balkon geworfen hast?«, fragte sie, während ihre Augen sich langsam weiteten. »Ja.« »Der Botschafter von Ipsis?« »Wenn es der ist, ja.« Wirten sagte dem Dicken, dass es die Schwerter wert wäre, wenn er dir dafür an die Euter gehen und zwischen deine Beine kommen könnte. Ich hatte lang genug gelebt, um eine gute Ohrfeige schätzen zu lernen. Es lag eine gewisse Kunst darin. Diese jedoch war nicht zu übertreffen. Es gab nicht die geringste Warnung und sie schlug ein wie Blitz und Donner. Wortwörtlich, denn Leandra war nun in tausend kleine Funken gehüllt, die mehr und mehr an Helligkeit und Dichte gewannen. Ich sah neben den Funken auch noch Sterne und schüttelte mich benommen, »Hätten Varosch und Serafine mich nicht gehalten, wäre ich zu Boden gegangen.« »Harvald!«, presste sie zwischen ihren Zähnen hervor. »Wie kannst du nur?« »Warum schlägst du ihn?«, fragte Zokora ruhig. »Er war es doch nicht, der diese Wette einging. Oder willst du jeden Boten erschlagen, der dir schlechte Nachricht bringt?« »Harvald hat es schon immer gehasst, wenn ich auf solche Bälle ging«, schäumte Leandra. »Er sagt, er sagt nichts als die Wahrheit«, unterbrach Zokora sie in ruhigem Ton. »Also, was wirfst du ihm vor?« »Ich dachte, er wäre dein Paladin, und es wäre sein Amt, deine Ehre zu verteidigen.« »Willst du damit sagen, dass es wahr ist?« »Ja«, sagte Zokora ruhig. »Hörst du mir nicht zu?« »Eine Wette? Er hat gewettet, dass er bei mir liegen wird?« flüsterte Leandra, während sich ihre Augen weiteten und feucht wurden. Ich sprang zu ihr. Serafine und Varos schielten mich nicht mehr. Sie weinte in meinen Armen und trommelte mit beiden Fäusten gegen meine Brust. In irgendeinem Winkel meines Verstands dachte ich, dass es wohl doch gut war, zwei Paradeuniformen zu besitzen. Irgendwann war es vorbei. Leandra zog schniefend die Nase hoch und sah zu mir auf. »Ich liebe dich«, sagte sie einfach. »Doch jetzt, lass mich los!« Ich trat vorsichtig zurück, schlug mir einen Funken an meinem Ärmel aus. Sie stand kerzengerade da und sah in den Eingang der Botschaft zurück. Von einem auf den anderen Moment hüllte ein wahres Blitzgewitter Leandra ein und ließ ihre Kleider und die Perücke wehen, während sich über ihrem Kopf Blätter in einem Wind drehten, der schneller und schneller wurde und dunkler dabei, während neben uns ein Blitz einschlug, der uns fast zu Boden warf. Auf dem Absatz drehte Leandra sich herum und als sie den Fuß auf die Treppe der Botschaft setzte, brach der Stein unter dem Einschlag von tausend kleinen Blitzen. »Hawald!« schrie Seraphine über den Wind mir zu. »Halte sie zurück, sonst!« Was sonst, hörte ich nicht mehr. Ich hatte schon vieles gewagt und oft genug auch Angst gehabt, aber mich in diesen Gewittersturm zu werfen, der nur noch entfernt meiner Königin glich, verlangte mehr. Ich rannte in sie hinein und warf sie um, hielt sie, während die Blitze zuckten. »Leandra!« schrie ich über den Sturm, der durch den Eingang fegte. »Höre auf!« »Sonst bringst du uns noch um!« Ein gleißender Donnerschlag fegte durch mich hindurch und ließ einen der Flügel der Eingangstür zerbersten, dann war es vorbei. Die Gardisten der Aldana waren geflohen, was für ihre Klugheit sprach. Varos stützte mich und schlug kleine Brände auf meiner Jacke aus, während Zucora und Seraphine Leandra aufhelfen, die still weinte. Ihre Eskorte und die unserer eilten herbei und hielten die Gaffer zurück, die aus der Botschaft stürmten, während unser Major kurzerhand die nächste Kutsche stahl und sie heranfuhr. Wir stiegen alle ein, der Major gab den Kutschpferden die Zügel und wir rollten wie die wilde Jagd davon, die Eskorte hinterher. Es tut mir leid, sagte Leandra reumütig, während sie sich mit dem Ärmel ihres Kleids die Augen wischte und Zucora ihre dünnen Schuhe auszog und aus dem Fenster warf, um sich dann bequem in Varos' Armen zurückzulegen. Es wird schon wieder werden, sagte ich und mühte mich, mein Gesicht nicht allzu deutlich zu verziehen, als mein Rücken das Polster der Kutsche berührte. Es fühlte sich noch immer an, als würde er brennen. Das meinte ich nicht, sagte Leandra leise, während Serafine mir vorsichtig den linken Ärmel aufschnitt. Obwohl mir auch das leid tut, fügte sie hinzu, als ich durch die Zähne zischte, während Serafine die Spur des Blitzes offenlegte. Ich habe etwas von der Salbe übrig, die ich das letzte Mal gemischt habe, sagte Zucora. Ich gebe sie dir nachher. Danke, sagte ich, doch mein Augenmerk war auf Leandra gerichtet, die noch immer weinte. Mich wollte es nicht einsehen, Harwald, gestand sie. Aber du hast recht gehabt und ich bin es leid, dass man mir mit falschen Worten schön tut und auf den Busen glotzt. Sie griff nach oben und riss sich die Perücke ab, warf sie mit einer Geste des Abscheus zu Coras Schuhen hinterher. Niemand nimmt mich ernst und ich schloss die Augen davor. Götter, fluchte meine Königin, während im Dunkel der Kutsche gut sichtbar feine Funken über sie liefen, aber auch gleich wieder verblassten. Hätte ich Steinherz dabei gehabt und das gewusst, ich hätte ihn selbst erschlagen, grollte sie. Nur passt Steinherz nicht zu meinem Kleid. Es ist ein schönes Kleid, versuchte ich sie aufzumuntern. Nur, dass es zu viel von dir zeigt. Ach, Harwald! Leandra lachte, obwohl noch immer Tränen über ihre Wangen Spuren zogen, schüttelte dann den Kopf. Danke für das Lob und auch den Tadel, Harwald! seufzte sie und schnäuzte sich erneut die Nase. Du bist wahrlich unvergleichlich. Vergiss es nicht ständig, mahnte Seraphine leise. Es ist das zweite Mal, dass du ihn mit einem Blitz bedienst. Als ob ich das nicht wüsste, knurrte Leandra. Aber wenn ich wütend bin, ich bekomme nur freundliche Worte und Verbeugungen, Andeutungen und Komplimente. Meist über meine Schönheit. Götter, fluchte sie. Ich bin es leid. Sie lehnte sich gegen die Polster und schloss müde die Augen. All die Anstrengung, alles, was wir durchgestanden haben, war vergebens. Sie werden uns nicht helfen, Harwald. Askir wird es tun, meinte Seraphine überzeugt. Nicht wahr, Harwald? Ja. Der Kommandant steht zu seinem Wort, antwortete ich. Ich bin sicher, auch die anderen Reiche werden folgen. Man muss es ihnen nur so erklären, dass sie es verstehen. Sie verstehen gar nichts, fuhr Leandra auf. Es ist, als ob sie direkt vor einer Mauer stünden. Sie hören gar nicht zu. Es ist schon gut, sagte ich, froh darüber, dass sie nicht mehr weinte und nicht mehr allzu wütend war. Wir werden einen Weg finden. Meiner Erfahrung nach hörten die meisten Menschen zu, wenn sie eine Klinge an ihrem Hals verspürten. Ich wüsste nicht, warum das nicht auch für gekrönte Häupter gelten sollte. Ich hatte Glück gehabt. Im Vulkan hatte mich Leandra mehr versenkt. Mit Socoras Salbe und frischen Verbänden und einem ordentlichen Schluck Kornbrand ging es mir rasch besser. Die Nachricht von den Geschehnissen auf den Botschaftsball hatte sich sehr schnell verbreitet. Socoras legte mir gerade Verbände über die Salbe, als es an der Tür klopfte. Ein Soldat der Federn stand dort. Es überraschte niemanden, dass Urikes mich sprechen wollte. Trotz der späten Glocke fanden wir den Stabsoberisten hellwach vor. Allerdings schien er nicht besonders erfreut, uns zu sehen. Während ich ihm Bericht über die Geschehnisse auf dem Ball erstattete, was seine Laune nicht verbesserte, wurde er von Socoras Anblick abgelenkt, die seine Bücherwand studierte. Da das Kleid sie zu stören schien, hatte sie es zwischen ihren Beinen hochgebunden, sodass ihre Waden frei zu sehen waren. Als sie sich auf die Zehenspitzen stellte, um nach einem Buch zu greifen, sah der Stabsoberist Stabsoberist hastig zur Seite und wandte sich wieder mir zu. Das hat euch enorm geschadet, teilte er mir mit. Wo ist eure Königin? Sie hat sich zurückgezogen. Verständlich. Götter, seufzte er. Hättet ihr das nicht diskreter erledigen können? Duelle sind nicht gern gesehen, aber unter manchen Umständen alles wäre besser gewesen als das. Gut, meinte er dann und atmete tief durch. Das Reich hat Schlimmeres überstanden. Letztlich kam niemand ernstlich zu Schaden, auch wenn Baron Wirten eine Protestnote eingereicht hat. Er sagt, ihr hättet ihm sein Korsett zerbrochen. Ich hatte Mühe, nicht laut aufzulachen. Leutnant Stofisk wird helfen, die Wogen zu glätten, meinte ich noch immer erheitert. Er hat sich als ein Geschenk der Götter erwiesen. Der Mann ist unbezahlbar. Stofisk? fragte Ulriches überrascht. Wir reden hier von demselben Mann, der zu einem Marsch ohne seine Stiefel antrat. Davon hatte ich noch nichts gehört, aber es klang doch sehr nach ihm. Bislang hat er noch nichts vergessen. Ich bin sehr zufrieden. Ulriches sah kopfschüttelnd wieder zu Tsukora, die sich gerade barfuß auf einen Stuhl stellte, um einen Band aus dem hohen Regal zu ziehen. Sarah, bat er steif. Könntet ihr meine Bücher in Ruhe lassen? Sie sind unermesslich wertvoll. Ich nehme das hier mit, teilte sie ihm freundlich mit und zeigte ihm den Band. Anartes Abhandlung über die Reichsgesetze? fragte Ulriches verwundert. Was wollt ihr damit? Euer Kaiser benutzte es als Referenz. Ich will wissen, worauf er sich genau bezieht, meinte Tsukora und sprang elegant vom Stuhl. Ihr bekommt es zurück. Ich... begann er. Tut ihr denn gefallen? bat ich. Ulriches seufzte. Wenn der Kommandant nicht... Gut, gab er sich dann geschlagen. Gebt gut darauf acht, denn es gibt nur noch zwei Exemplare von diesem Buch. Tsukora schien ihn nicht zu hören. Sie hatte sich im Schneidersitz auf dem Stuhl niedergelassen und begann, hier und jetzt zu lesen. Ich schloss die Tür meines Quartiers, legte mich auf mein Bett, fluchte und wälzte mich auf die Seite. Nur noch wenige Tage bis zum Kronrat. Irgendwie mussten auch die noch zu überstehen sein. Eine Kerzenlänge vor der zweiten Glocke klopfte es an der Tür. Schlaftrunken wickelte ich mir die Decke um, tapste zum Eingang und sah mich Santa und Desina gegenüber. Der Götter segen mit euch, meinte Santa. Dürfen wir eintreten? Wortlos ließ ich sie herein. Sie sahen sich im Raum um. Was ist geschehen? fragte ich die beiden und griff nach der Flasche Kornbrand, die Varosch mir vorhin vorbeigebracht hatte. Wir wurden vorhin zu zwei Leichenfunden gerufen, sagte Santa ernst. Wir kehren gerade von dem zweiten zurück. Beide weisen die gleichen Merkmale auf. Sie sind fast bis zur Unkenntlichkeit verbrannt und ihre Köpfe wurden von einer ungewöhnlich scharfen Klinge mit einem Schlag abgetrennt. Trotz allem konnten wir feststellen, wer sie waren. Es sind Baron Wirten und Graf Jasen. Ich ahnte, wer der zweite Mann war. Der Botschafter von Ipsis? Ja, sagte die Eule. Sie wurden beide in ihren Häusern erschlagen, gerade als sie sich anschickten, ins Bett zu gehen. Die Frauen und die Dienerschaft warten von einem Donner auf. Ich muss euch das fragen. Habt ihr damit irgendetwas zu tun? Nein, sagte ich gefasst. Natürlich nicht. Ihr könnt euch denken, wie das aussieht, meinte Desina grimmig. Man zeigt mit dem Finger direkt auf euch und auf eure Königin. Sie hat insoweit Glück, dass auch sie es vorzog, in der Zitadelle zu nächtigen und wir bestätigen können, dass sie diese nicht verlassen hat. Aber sie ist eine Maestra und man wird ihr unterstellen, dass sie Magie verwendet hat, um diese Tat zu begehen. Was geschieht jetzt? fragte ich. Es ist bereits geschehen. Zwei Vertreter des Handelsrats haben im Namen des Kaisers Anklage gegen euch und eure Königin erhoben. Dafür wurde sogar Hochinquisitor Pertock geweckt. Wir trafen ihn bei dem zweiten Opfer. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass jemand den Schutz um die Zitadelle durchbrochen hat, auf magische oder andere Weise. Also wird der Hochinquisitor die Anklage ablehnen. Doch der Schaden ist bereits angerichtet. Aber wenn wir beweisen können, begann ich, doch Santa schüttelte den Kopf. Es wird keine Verhandlung geben, sagte er. Desina spricht davon, was die Leute denken werden. Ihr seid ein General und der Liebhaber eurer Königin. Er hob rasch die Hand. Wartet. Ich berichte nur, was die Leute denken und behaupte nicht, dass es so ist. Es ist schon gut, meinte ich müde. Ich werde heute niemanden mehr aus einem Fenster werfen. Sprecht weiter. Es ist schon alles gesagt, meinte Santa. Das Gerücht wird lauten, dass der Kommandant euch und eure Königin deckt und sogar lügt, um euch zu schützen. Das Einzige, das etwas hilft, ist, dass Graf Jasen noch auf dem Ball äußerte, er wolle sich bei eurer Königin entschuldigen. Es schien ernsthaft betreten. Es heißt jetzt aber, ihr hättet das nicht rechtzeitig erfahren. Jetzt weiß ich es, sagte ich leise. Ich bereue nicht, dass ich ihn über den Balkon befördert habe. Aber dass er starb, das tut mir leid. Vielleicht, vielleicht könnten die Königin und ich zum Tempel Borons gehen und die Probe ablegen. Wollt ihr euch und eure Königin öffentlich demütigen, fragte Santa ruhig. Ihr wisst doch, wie solche Wahrheitsproben sind. Es kommt immer mehr zu Tage, als man möchte. Ich nickte betreten, denn damit hatte er unbestritten recht. Nun, sagte Desina und wandte sich zur Tür, wir dachten, ihr solltet es wissen. Was immer ihr an gutem Willen vorgefunden habt, ist jetzt vertan. Wir hier, das heißt der Kommandant, Santa und ich, einige andere und auch Urikes, wissen, wer ihr seid und was ihr bereits getan habt, um dem Feind zu schaden. Aber jetzt, jetzt wird es schwer. Sie öffnete die Tür und sah zurück zu mir. Es tut uns leid, und leid,